Musik Wir verlieren gleich eine Kontrollpumpe. Wir konzentrieren euch. Die Sturmtruppen rücken vor. Wir haben später besiegt. Wir müssen die Initiative ergreifen. Und bleiben die Sprecher gleich. Wir müssen die Initiative ergreifen. Wir sind die Gastronomie. Gleich ist der letzte Kontrollpunkt in der Hand des Feindes. Die Sturmtruppen rücken. Die Rebellen. Haltet nach Rebellen auf. Unser Primärziel ist die Sicherung dieser Kontrollpumpe. Wir übernehmen das Kommando über einen Kontrollpunkt. Wir müssen die Sturmtruppen rücken. Ich bin in der Nähe eurer Position gesehen. Der Sprungler muss sich für seine Verbrechen gegen das Imperium verantworten. Wir nehmen einen Kontrollpunkt. Der Sprungler muss sich für seine Verbrechen gegen die Verbrechen gegen die Verbrechen gegen die Verbrechen. Der Sprungler muss sich für seine Verbrechen gegen die 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 Was ist das? Wir müssen unsere Angriffe verstärken, sonst ist die Schlacht vorbei. Wir müssen unsere Angriffe nutzen, sonst ist die Schlacht vorbei. Ich werde euch unterstützt. Lea Organa wurde in eurem Sektor geordnet. Unterstrecken sind festmesslich. Kontrollpunkt ist hier dickhaft. Rebellen in den Tumpen! Der Feind ist ganz in der Nähe. Aufpassen hier! Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu sichern. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu sichern. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu einer Verkaufspannung. Ich bin hier unten. Vielen Dank.